und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Mainville hier zusammen mit dem Present LP und auch in meiner Aufnahme hallo an meine Zuschauer und wir sind hier schön Trouble in Mainville in der Lobby wurden schon so oft gekippt gekickt wir haben hier versucht mehrere Aufnahmen zustande zu bringen das ist immer das gleiche man will okay und server immer mehr legen und ich hab ach ich dachte ich hab ich bin jetzt hier irgendwo ganz komisch gespawnt ein tolles ein Holzschwert so ich hab ein Steinschwerten Holzschwert und ich denke Bogen bekomme ich auch also kann ich dir sonst eine Kiste weg ich probiere mal vielleicht komme ich um zu Eisenkiste so ich hole mir gleich einen zweiten Bogen dann kann ich ihn abgeben wenn du keinen hast okay perfekt so jetzt bin ich hier in irgendeinem Menschen drin Pädoyer und der erholt sich jetzt die Kiste abkommt so dann hol ich mich hier drüben die Kiste so ist hier vielleicht irgendetwas eine Kiste du bist auf der Insel oder was? ja genau da wo auch das Eisenschwert ist okay und du hast also was hast du? ich hab ein Holzwert okay ich komm sonst auf die Insel oh hier sind so viele Leute hier sind so viele Leute das lohnt sich nicht ich hoffe jetzt mal echt dass ich nicht runter gekickt werde sonst wäre das echt ziemlich dumm für die Aufnahmen nein ich hab's nicht du dann lauf schneller runter nein was sollte das? bist du tot? nein okay lauf einfach schnell runter nein 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 ich werd gekillt ich hab einen gekillt ja? bist du Traitor immer noch? ne ich bin Inno aber der wollte mich nicht runterschlagen lauf einfach runter ich hab 100 ich hab jetzt 1930 Karma weil der war Traitor wie cool ist das denn bitteschön ich werd hier schon random attackiert hier die denken alle dass ich Traitor bin obwohl ich innocent bin und im Tester war okay ich komm sonst zu dir brauchst du stimmt nur ein oh ich hab ein Steinschwert und einen Bogen mit Pfeilen gefunden gut ich komm schnell zu dir und helf dir so warte ich komm mal runter ja okay ich geh gleich ja warte ich beschütz dich damit sie sich nicht runterschießen so wie komm ich jetzt hier runter? oh falsch warte ich hab hier oder Traitor? das ist Traitor? ja ich ist von Traitor okay so 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 hab ich hier die Gamer? hier trau ich mich immer nicht zu springen ich kann so kopiert okay so okay ich schaffst du? ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's cool dass die wow nein Alter Alter ich hatte nur noch Hälfte der Herzen oh 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 schade warte ich beschütze ich hier sonst ich bin dir dann schützt Schild nicht dass ich irgendwie jemand attackiert attackiert äh wer könnte jetzt Traitor sein? ich glaub irgendwie dass der Boot Traitor ist weil der war nicht beim Tester okay also ich geh jetzt erstmal würde ich sagen zum Tester was sagt der Bu ja der Bu ich kill ihn 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 spektate dann jetzt einfach mal noch diese ja aber es war klar dass der Traitor ist der war ja schon so so warte 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 ich hol ihn der böse böse Bube hier ach je ich werd jetzt zurückgepackt das nervt richtig so ihr macht's echt doof so komm schon der ist jetzt hier du tust du einen auf Inno wird wahrscheinlich jetzt gleich den Button drücken deswegen wahrscheinlich mit Spoofer oder oder er geht im Tester mit Spoofer warte ich guck ob er den Button drückt ne hat er nicht er steht vorm Tester ja aber er geht nicht rein er geht nicht rein was? ok da bin ich jetzt mal gespannt ja irgendwie ja ok aber warum hat er mich gekippt du bist Inno gewesen auf jeden Fall ja ich war Inno ok ok es kann aber wirklich ich glaube er hat wirklich ne ich glaube nicht dass er das Poofer nutzt hat weil er hätte aha ich ich glaub das irgendwie nicht ich glaub der kann ich oh man ich bin mit und oder warte er geht einfach random was der Boo ist jetzt einfach hier hinterher gesprungen hä? was hat wenn das denn der Vorhaber der hat ja der hat so einen der Rough Heaver Traitor wie lustig ist das denn das guck mal er springt zu einem Typen hinterher der in dieses Dingens da rein ist killt ihn so von oben und dann steht er auf einmal Innocence erwohnt ok gut ich denke mal wir werden dann hier die äh ich beenden dann hier die Aufnahme sondern hängt noch eine Runde hinten dran etwas perplex aber ok bis gleich zurück auf Frozen Cargo hier und und ich bekomme keine Truhe Mann 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 was ich bekomme ich bagge hier zurück Mann 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 aber ich denke ich bekomme trotzdem noch etwas hier auf Frozen Cargo in der zweiten Runde die letzte Runde ist ein wenig komisch verlaufen ich hab einfach hinterher gesprungen der Buch er hat böser Mann er hätte ich immer die Kirche hat man kam auch verloren hat also ein Bogen habe ich schon und ich habe auch schon Heutschwert und ein und ich habe jetzt Steinschwert habe ich auch perfekt und ich kann ja auch ja doch die Bogen hast ja schon das heißt ich habe alles Steinschwert auch ich habe auch noch mal Steckpfeile ich komme mal runter und da bist du bestimmt gerade auch oder ja wenn du willst hier ist noch eine Kiste kannst du dir einen Steckpfeil holen ja ok warte ich komme wo bist du gerade ich bin hier warte du bist ich bin ich bin onal ich bin wie ich bin auch da und ich bin Welt ich habe rein gekehlt und ich hab nichts bekommen aber wahrscheinlich haben ihn doch nicht gekehlt wo der die einfach gleich geschlagen es hat sich aber was geht da keine Ahnung also ich hab jetzt über ein Seck Pfeiler in der Städte die Klinik der Leber in uns hat sich vorhin gerade das verschoben die Klinik die Vorsicht der Dirk der Anerkennung seit Lärm ich werde ich bin etwas soll das denn was soll das denn ja da ich ja mal wenn ich glaube ich auch wenn man noch nicht wie ich so ich habe oder was will und ich werde auch wenn ich bin auch ein ja gut ich möchte ich noch mal zählst die und doch der geht einfach mal auf ein Daufe der Reden die Kinder sieben das ist einfach zu tun alle die Tick-Tipps Prozent als Rennen Kölner einfach das ist ja so ich gehe jetzt einfach mal zum Tester ich hab das Gefühl warte es könnte sein dass Neyrolf 1999 Traitor ist oder er geht jetzt zum Tester Neyrolf 1999 ist Traitor der läuft weg vom Tester ganz schnell komm der ist gerade im Tester drin okay dann lauf ihn gleich mal bis zum Bug oder wie ich muss ein paar oder der ist gerade in der Mitte die Schiffes in der Karte zu Tester und durch dort dieser der Klinik angreifen erst mal fragt ob er sagt und ich tüte und es ist aus aber hier wird es und wer geht es los geht es und mal schauen und er ist so um ich hier kann ich es mit Kiste hinterher hinterliegen die also Christenbrühe nicht ich habe mit dem ich in Ordnung hat man es gibt es ist das hätte ich vielleicht weil der und ich bin oder wenn ich es da geht damit ist da jetzt ist er war ich schaue mal hier oben die Räume schießt mehr die Künfte für Wette ist sowieso auffällig so jetzt bin ich mal fest der packt da drinnen so die schieber 234 noch also ist ja kein ghosting wenn ich nur sage wer hier auffällig ist naja schieber 234 könnte traiter seit man sich legt ja richtig die ganzen leute immer hin und her bei mir ist eigentlich gerade flüssig also wenn ich nicht der fps anschließen sondern einfach dann ist der eine typier und auf einmal fünf Meter weiter weg ja das kenne ich so ich bin jetzt einfach mal unten in die Welt hier jemand auch für mich die immer einfach Prozent nach oben ich habe und bis keiner Prozent zu schieber das ist ein Verschieber Test Schieber Tests nur hier wurde gerade die Tickte vermordet und die Letzte jedoch Schieber könnte wirklich Test sein es ist ein Schilderweiter doch weil der mein Sohn ist das Erdbeer was will Mr. Seppling Mr. Seppling was sollen das der Falle neilten aber ich um war mit ihm sogar im Test aber bei der Kieber feiert irgendwo okay also Mr. Seppling Edgames HD Prozent jemand will ich killen nein denn warum was ich bin doch lieb Schieber ist Traitor Schieber ich bin im Testor jetzt okay sagt Schieber mein Sohn die Ehe Traitor los die Schieber die Schieber Pfeil um sich und Killing die Tickte das ist ja wirklich ich mache einfach mal Schieber 4 2 4 Test und jetzt suche ich ihn mir und dann in der Junge dort war es dann für ihn was will E also wie gesagt Schieber und mein Sohn die sind Kinder der Tat Schieber Komponenten auf oder bei der Niede die sich verbaut die Gäte zu testen ich bin jetzt auch mal hin Mr. Seppling der hat bei der Team ist ein Fallen hin und her und ja die Kindheit gerade die Leute beim Tester werden die 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 Werte werden noch nicht warten okay ein Zwerger wo es in der ich habe noch mehr es sind noch vier Leute drei Leute okay du alleine 1 bis kommt hinter die aufwarten komm ich da wie geht es kommt die die weg geht lauf zum buch lauf zum buch dafür sind lauf einfach weg die kräftigen der wie das ist wenn sie vor aufgrund nur ein ein neuerlich kommen an der reichen da ein paar Schaden ein paar Jahre alt war das war der Einzelhandel schafft er auch getebt durch diese schafft ich ich konnte nicht rein ich wollte gerade in diesem Teil der Versteckung die Bezahlen von mir noch eine Runde hintendran hängt er kennt nochmal machen. Okay, bis gleich. Bis gleich.